Alle, die mit Bildungsmaterialien zu tun haben, haben bestimmt so ihren eigenen Fundus an Aufgabenblättern, an Aufgabenheften, an entsprechenden Materialien, die im Regal stehen oder in der Kiste sind oder eben auch digitale Dateien und Ordner sich angelegt mit Materialien, die sie gerne nutzen und Quellen, von denen sie gerne Materialien beziehen. Die Frage ist allerdings, sind in diesen Materialien auch entsprechend OER, also frei lizenzierte Materialien, enthalten? Offene Bildungsmedien, die man weiterverwenden und weiterbearbeiten und weitergeben kann. Im Folgenden soll es darum gehen, zu prüfen, ob in dem eigenen Fundus Materialien OER-tauglich sind oder was ihnen fehlt, um sie in OER umwandeln zu können. Dafür haben wir beim iRights Lab das OER-Prüfinstrument entwickelt. Das ist dazu da, sich diese Materialien genauer anzugucken und herauszufinden, was wäre nötig, sie in OER zu verwandeln oder vielleicht sind sie sogar schon OER-tauglich. Wie das Prüfinstrument funktioniert, wie man es anwenden kann, erkläre ich jetzt in vier Schritten. Im ersten Schritt überprüfen wir, ob in dem Material überhaupt Informationen vorhanden sind, wer es erstellt hat, welche rechtlichen Bedingungen eventuell herrschen, ob es Lizenzen oder Nutzungsbedingungen gibt. Oder es kann auch sein, dass in diesem Schritt sich herausstellt, es enthält gar keine Informationen dazu. Manchmal muss man auch auf die Rückseite gucken, vielleicht findet sich da etwas oder am Ende eines Materials. Aber wenn man gar nichts findet, dann wird es erst mal zur Seite gelegt. Hat man aber solche Hinweise gefunden, Informationen, guckt man sich die wieder genauer an im zweiten Schritt. Mit dem Prüfinstrument gucken wir genauer hin, ob es in diesen Hinweisen so etwas gibt wie Copyright oder alle Rechte vorbehalten oder irgendwie, was juristisch klingt, mit Lizenzbedingungen und Nutzungsbedingungen. Es könnte aber auch sein, dass einzelne Elemente, einzelne Inhaltselemente dieses Materials frei lizenziert sind, während das gesamte Material unter einer anderen Lizenz oder mit anderen Bedingungen versehen ist. Also auch hier genauer hingucken. Im dritten Schritt, wenn wir tatsächlich entdeckt haben, dass dort freie Lizenzen angewendet werden für das ganze Material oder für einzelne Elemente, schauen wir uns den Lizenzhinweis genauer an. Das heißt, wir gucken, sind für die jeweilige Creative Commons Lizenz alle Elemente enthalten, die so eine Lizenz braucht, weil das gehört zu den Lizenzbedingungen bei Creative Commons Lizenzen. Also CC BY, das heißt, steht da die Lizenz selbst, steht der Name derjenigen oder desjenigen, der das Material erstellt hat oder die Rechte da dran hat. Immer verknüpft mit einem Link. Hierbei ist die Reihenfolge nicht so wichtig der einzelnen Elemente in der Lizenzbedingung. Hauptsache alle Teile der Lizenz sind dort enthalten. Im vierten Schritt erstellen wir dann ein Protokoll. Jetzt sehen wir, dass die Materialien, die wir dann schon zur Seite gelegt haben, weil sie entweder gar keine Informationen enthalten oder nur unzureichende Informationen oder eben bestimmte Inhalte oder das ganze Material noch nicht frei lizenziert ist. Da erstellen wir ein Protokoll und darin steht, welche Defizite oder welche Möglichkeiten es gäbe, dieses Material in OER zu verwandeln, indem man einzelne Bestandteile mit frei lizenzierten Inhalten ersetzt oder sie frei lizenziert. Darum könnte man in diesem vierten Schritt die Urheberinnen und Urheber oder die Herausgeberinnen und Herausgeber dieses Materials bitten, anrufen, eine Mail schreiben oder im Kollegium direkt ansprechen, um ihnen dann nahezulegen, das Material so zu überarbeiten, das aus eben alle Rechte vorbehalten dann frei lizenziert und OER wird. Es könnte aber auch sein, dass die Materialien, wenn sie geprüft wurden, dem OER-Konvention schon entsprechen und als OER-tauglich von dem Prüfinstrument abgesegnet werden, wenn man so will. Und das kann dazu führen, dass man im eigenen Fundus mehr offene Materialien hat, mehr OER, aber auch andere ermutigt hat, OER herzustellen oder ihre Materialien in OER zu verwandeln. Und das Prüfinstrument steht letzten Endes jedem zur Verfügung, weil es einen Schritt für Schritt durch diesen Prüfprozess führt und man dann mit dem Protokoll weiterarbeiten kann.